Ey Alter, da bist du ja! Schöne Weihnachten! Zieh dir das mal rein, das sind meine alten Haare! Jetzt gefällt sie mir besser. Prost! Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Ich dachte, wir stoßen an. Ja und nächstes Jahr an Weihnachten adoptieren wir doch drei Kinder in der dritten Welt oder was? Aber geil, ne?